Santiago Ascacibar kann dem VfB Stuttgart im Abstiegskampf nach seiner Spuckattacke gegen Nationalspieler Kai Havertz kaum mehr helfen. Der argentinische Mittelfeldspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB wegen einer Tätigkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung. Bis einschließlich 25. Mai gesperrt. Damit stünde er den Schwaben erst in einem möglichen Relegationsrückspiel, 27. Mai, wieder zur Verfügung. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga Dieser Top-Klub beobachtet Süleind. Fußball, Premier League Baden, Wahnsinn auf zwei Beinen Fußball, Bundesliga ist konnte eine Option für Bayern? Fußball, Bundesliga Lange Sperre für Spuckattacke Fußball, Bundesliga Da da bald nicht mehr Herr Tako Cheskacibar entschuldigt sich bei Havertz. Ich habe mich für mein Verhalten beim Verein und der Mannschaft entschuldigt, sagte Ascacibar am Dienstag. Natürlich gilt meine Entschuldigung auch meinem Gegenspieler Kai Havertz. Auch wenn nicht zuvor provoziert wurde, darf mir so etwas nicht passieren. Bilder Galerie Bundesliga Torjäger der Saison 2018 1.919. Bilder VfB stimmt Urteil zu Der 22-Jährige war in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag 0 zu 1 von Schiedsrichter Tobias Stieler, Hamburg des Feldes verwiesen worden. Ascacibar, der für sein Vergehen auch Vereinsintern bestraft wurde, hat dem Urteil ebenso wie der VfB zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Jetzt das aktuelle Trikot des VfB Stuttgart bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige, das geht natürlich gar nicht, sagte VIP-Coach Markus Weinzierl über Ascacibars Verhalten. Er hat der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Der Profi war auch noch nach dem Platzverweis auf Havertz losgegangen, woraufhin Stieler sich schlicht inzwischen beide Spieler stellen musste, das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man im Fußball machen kann. Man kann sicherlich hart spielen, aber so etwas macht man nicht, sagte Leverkusens Coach Peter Bosch Bayer-Profi Kevin Völand ergänzte, solche Leute braucht man in der Bundesliga nicht. Let's block it's, why? Let's block it's, why?